Terroranschlag in Barcelona. In der spanischen Metropole hat ein Attentäter einen Lieferwagen in eine Menschenmenge gesteuert, mitten auf dem bei Touristen beliebten Boulevard Las Ramblas im Zentrum der Stadt. Die Polizei spricht von einem Anschlag und mindestens zwei Toten. Ein Verdächtiger soll sich nach Polizeiangaben in einer Bar verschanzt haben. Die Polizei evakuiert die nahegelegene Plaza Catalonia sowie das Gebiet im Umkreis von 200 Metern rund um den Anschlagsort.